Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, ein paar mehr Videos zu The First Descendant zu machen. Erstens, weil ich das selber unfassbar suchte. Ich bin jetzt schon bei fast 60 Stunden im Spiel. Und es macht mir unfassbar viel Spaß und ich merke auch, dass der Community das sehr viel Spaß macht. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, als auch im Discord merke ich, dass da das Interesse sehr groß ist. Deswegen bringe ich da noch ein paar Sachen zu. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Vorab, falls ihr Leute sucht zum Leveln, zum Looten, zum Grinden, um Bosse zu machen, dann checkt doch mal den Discord ab. Der ist unten verlinkt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, einen dedizierten Channel zu machen für The First Descendant, wo ihr euch absprechen könnt. Weil schon oft im Stream gefragt wurde, wer hat Zeit hierfür, wer hat Lust darauf. Und da habt ihr auf jeden Fall einen Ort, wo ihr euch mit der Community verbinden könnt und dort dann auch Leute zum Grinden helfen suchen könnt. Und wenn ihr selber vielleicht helfen wollt oder irgendwas farmen wollt oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr da im Discord nachfragen. Jetzt kommen wir mal zum Thema des Videos. Denn es gibt eine Sache, die mir leider auch erst heute im Stream bewusst wurde. Und das sechs Tage, fünf Tage nach Release des Games. Und das ist ganz doll, wie man seine Waffe stärker macht. Das habe ich leider ein bisschen vernachlässigt. Ich habe mich sehr doll auf die Module, auf dem Nachfahren konzentriert, dass der Nachfahre viel Verteidigung hat, dass ich gut überlebe, dass ich schnell unterwegs bin und, und, und. Aber was ich ein bisschen vernachlässigt habe, war meine Waffe. Ihr seht jetzt hier schon hunderter Waffen und Endgame-Stuff. Aber ich verspreche euch, gerade für die ganzen Leute, die gerade erst mit dem Spiel gestartet haben, vielleicht bei den ersten, zweiten, dritten, vierten Post sind, die Tipps, die ich euch hier gebe, die gelten nicht nur für das Late-Game, sondern auch für ganz am Anfang. Und ihr könnt dann ganz am Anfang schon etwas tun, dass euch das ganze Spiel über helfen wird. Und das sind Module auf den Waffen. Da möchte ich gerne ein bisschen mehr zu erzählen, weil das auch immer wieder eine Frage im Chat war. Als allererstes, wenn ihr eine Waffe findet in der Welt, egal welche, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Waffe hochzuleveln. Das ist einmal hier das Leistungslevel, Leistungsstufe, seht ihr dort. Was damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Und das reguläre Level, was ihr hier seht, da steht hier gerade nur 100. Es ist aber egal, ob ihr jetzt Level 1, 10 oder 100 habt. Umso höher, umso besser. Wonach ihr immer gehen solltet, bei der Standard-Munition, ist einfach wirklich der Damage pro Sekunde. Und wie hoch hier die Zahl ist. Der Rest ist, gerade für den Anfang sagen wir mal, illere Wand, da will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Natürlich kommt es noch auf Feuerrate an und anderen Stuff. Aber ich versuche das relativ leicht für euch verständlich zu erklären, weil es sehr, sehr viele Sachen dazu gibt. Die da wichtig sind. Worauf ich hinaus will, ist hier diese Werkbank. Die könnt ihr nämlich benutzen und dort die Waffenstufe übertragen. Dort könnt ihr die Waffe, die ihr gut findet, nehmen, egal welches Level ihr habt. Sagen wir mal, ihr habt eine ultimative Waffe. Zum Beispiel den Donnerkäfig, den ihr sehr früh bekommt. Dann könnt ihr den auswählen. Und dann werden hier alle Waffen aufgelistet, die ihr gerade im Inventar habt. Ich werde mal eben am Lager eine Waffe nehmen, damit ich was habe, um euch das zu demonstrieren. Ich habe jetzt mal ein paar Waffen mitgenommen. Und hier haben wir zum Beispiel eine Level 1 Waffe. Das ist ja auch das Level, was ihr immer auf einer ultimativen Waffe habt. Das wählt ihr aus. Und dann werden hier unten alle Waffen angezeigt, die ihr gerade nicht ausgerüstet habt. Und wenn ihr eine davon auswählt, es ist vollkommen egal, welche Waffe. Natürlich nehmt ihr irgendeine Müllwaffe. Wichtig ist nur, dass ihr das allerhöchste Level nehmt, was ihr aktuell in der Welt finden könnt. Das kann bei manchen Level 22 sein. Das kann bei manchen Leuten Level 66 sein. Aber ganz wichtig, immer das höchste Level zu nehmen. Und dann seht ihr schon, dann wird aus der göttlichen Bestrafung Level 1 eine göttliche Bestrafung Level 100 mit 81.000 Damage pro Sekunde. Und jetzt zum Vergleich, wenn ich Level 66 nehmen würde, wären das 37.000 Damage pro Sekunde. Das bedeutet, auch wenn ihr eine Waffe habt, die ihr ganz gut findet, könnt ihr die so immer wieder hochleveln. Je nachdem, welches Gebiet ihr seid. Und immer wenn ihr weiterkommt, könnt ihr das so weiterleveln. Das nächste, was unfassbar wichtig ist auf der Waffe, sind natürlich die Module. Die seht ihr hier. Dort könnt ihr dann zwischen all euren Modulen, die ihr habt, auswählen und auf eure Waffe packen. Wichtig dazu zu wissen ist, dass jede, dass sie eine Modulkapazität hat. Die setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Das kann bei euch etwas weniger oder vielleicht sogar mehr sein, als bei mir auf der Waffe. Aber ihr habt quasi ein Baukastensystem, wo ihr eine Maximalmenge drin habt. Und ihr seht bei jedem Item so eine Zahl. Und diese Zahl wird von dem Maximum hier oben quasi abgezogen, beziehungsweise wird voll gemacht. Wenn ich jetzt hier also die Feuerrate rausnehme, dann seht ihr, sind 36 von 48. Und wenn ich die Feuerrate wieder reinmache, dann sind wir wieder bei 48 und 48. Und hier gibt es zwei, drei, vier Module, die ihr von Anfang an reinnehmen könnt. Und das sind im Prinzip die, die ich hier gerade zeige. Die fast auf jeder Waffe extrem, extrem stark sind. Gerade für die ganzen Early Game Leute. Und da würde ich auf jeden Fall den verstärkten Drall mitnehmen für Schusswaffenangriff. Da erkläre ich gleich noch was zu. Die Feuerrate, weil Feuerrate ist quasi mehr Damage pro Sekunde. Weil ihr öfter pro Sekunde schießt. Bessere Erkenntnis für Critrate. Und Wirkung und Gegenwirkung für nochmal mehr Schusswaffenangriff. Und so kommt ihr von eurem normalen Damage pro Sekunde, ihr seht das hier, 165.000 auf 380.000. Das heißt, ich habe meinen Schaden mehr als verdoppelt durch verstärkter Drall, durch Wirkung, Gegenwirkung und Feuerrate steigern. Und da seht ihr hier schon, die haben hier solche kleinen, bunten, ja, solche Lampen. Ihr könnt nämlich die Module leveln. Das könnt ihr auch hier in dem Distrikt machen. Hier in diesem gelben Röhrchen steht ein NPC. Das hatte ich im letzten Video schon mal gezeigt. Und dort könnt ihr Module verbessern. Übrigens auch zerlegen. Beim Zerlegen würde ich euch einfach immer raten, haltet den Knopf, den ihr unten, äh, den ihr da hinten rechts seht, einfach gedrückt. Und zerlegt alle Doppelten, ähm, das sollte eigentlich für 99% der Leute unter euch, äh, gut funktionieren. Und einfach alle Duplikate, ähm, zu zerstören. Und dann gibt es hier Modul verbessern. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel auf die Waffe gehen. Und dann, sagen wir mal, bessere Erkenntnis hier hochleveln. Und dann könnt ihr hier auch mehrere Level auf einmal machen. Mehrere Level, äh, äh, nur ein Level auf einmal. Ihr seht hier die Kosten mit Kuiper, ihr seht hier die Goldkosten, ihr seht wie hoch die Modulkapazität eurer Waffe ist. Das heißt, ihr könnt hier auch ein bisschen hin und her probieren, was ihr da am besten nehmt. Und das sind so die vier Standarddinger, die solltet ihr am Anfang nehmen. Feuerrate, Critrate, äh, Schusswaffenangriff mit Drall und Wirkung, Gegenwirkung mit nochmal mehr Schusswaffenangriff. Darüber hinaus gibt es noch eine Sache, die ich euch erklären möchte. Jetzt wird es langsam ein bisschen komplizierter. Und da komme ich wieder zurück auf dieses, auf diese Leistungsstufe. Weil euer Charakter, da erzähle ich vielleicht mal in einem anderen Video was zu, aber ist relativ ähnlich. Und eure Waffe haben Level. Beim Charakter seht ihr das hier, ne, Stufe 20 gerade. Und bei der Waffe seht ihr gerade Leistungsstufe 1. Und das liegt daran, oder das sagt aus, also die Stufen an sich sagen gar nichts aus, aber wenn die Waffe oder euer Charakter auf Level 40 ist, dann könnt ihr den quasi einen, eine Stufe höher heben. Das macht ihr hier rechts mit Modul-Zuatz-Einstellungen und Modul-Sockel-Typ zuweisen. Das geht erst, wenn die Waffenstufe auf 40 ist, das seht ihr hier auch, Waffenleistungsstufe 1 von 40. Sobald es auf 40 ist, könnt ihr die Waffe quasi eine Stufe höher machen und einen dieser Zeichen in eure Waffe reinmachen. Ihr seht schon, M habe ich einmal reingemacht. Das heißt, meine Waffe war schon einmal auf Level 40. Habe dann dieses M hier reingemacht und jetzt die Waffe wieder auf Level 1. Vielleicht kann ich gerade einen Clip, ich weiß nicht, ob ich den rausfinde. Ich will euch nicht zu viel versprechen. Vielleicht bändet ich einen ein, wie ich es im Stream gemacht habe. Aber ich habe heute 11 Stunden gestreamt, ich weiß nicht, ob ich das rausfinde. Dafür braucht ihr hier einen Kristallisierungskatalysator. Durch die Story kriegt ihr zwei Stück davon. Also einen solltet ihr auf jeden Fall haben, kriegt ihr relativ früh. Und könntet das dann auf eurer Waffe machen. Ganz wichtig, macht das nicht auf irgendeiner explizitigen Waffe, sondern wirklich auf einer Ultimate-Waffe, die ihr spielen wollt. Oder später auf den stärksten Waffen im Spiel. Und was dieses M aussagt, ist, dass ein Sockel, ihr seht das hier, Wirkung gegen Wirkung, diese Zahl wird grün. Und ihr seht hier ein M. Das bedeutet, wenn ihr ein M dort reinsockelnt, ich kann mal hier zum Beispiel was anderes nehmen, ich habe gerade 8 frei, wenn ich eine 7 hier reinmache mit M, wird daraus 4. Seht ihr das? Oder 6 und sockelt das da rein, dann wird daraus eine 3. Die Kosten, die Kapazitätskosten werden also halbiert. Und deswegen kann ich hier dann nochmal 16 mit reinpacken. Und das könnt ihr tatsächlich so oft machen, wie ihr wollt, bis ihr alle voll sind. Und ihr könnt auch so oft jeden Sockeltypen machen, wie ihr wollt. Ob man später nochmal Sockeltypen wechseln kann, wenn ihr alle voll habt, das weiß ich aktuell nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Aber bis ihr überhaupt so weit seid, ich meine, das sind 10 Stück, 10 mal so ein Kampisator bekommen, um 10 mal die Waffe auf Level 10 zu bringen. Ich glaube, dann seid ihr jetzt schon so Profi genug, dann wisst ihr das selber schon. Aber ja, das sind so die anfänglichen Tipps und Tricks, wie ihr sehr, sehr, sehr früh sehr viel stärker werden könnt und auch Bosse selber legen könnt. Und wo wir gerade dabei sind, Leute, noch eine Sache. Ich weiß, das wird sehr kompliziert, aber das Game hat mehr Tiefe, als man vielleicht denkt. Wir gehen nochmal hier an die Werkbank und gehen auf Waffe nachjustieren. Das solltet ihr auch nur bei Waffen machen, die wirklich gut sind. Also bei legendären Waffen oder für die Leute, die schon auf schwer sind, bei einem Zähmer oder bei den starken Waffen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, damit ihr das gut sehen könnt. Die, wo haben wir sie? Donnerkäfig. Das ist ja eine Waffe, die kennt ihr auch selber. Und ihr seht hier die ganzen Optionen, die gerade auf der Waffe drauf sind. Das seht ihr. Das hat die Waffe gerade. Das ist nochmal ein Zusatz-Effekt. Bonus, Angriff gegen Kolosse, Feuerangriff, Munition pro Magazin und minus 0,1% auf Rückstoß. Was ihr machen könnt, ist das hier quasi neu zu rollen. Und das, was ihr kriegen könnt, das steht hier auf der linken Seite. Das heißt, das, was ihr immer haben wollt, ist Crit Rate, Crit Schaden, normaler Schusswaffenangriff und einen dieser Angriffstypen. Feuer, Kälte, Elektro oder Gift. Welcher ist egal, weil ihr werdet im Endgame sowieso 4 unterschiedliche Waffen haben wollen für die unterschiedlichen Bosse. Aber sagen wir mal, im Early Game nehmt ihr irgendwas davon. Und was ihr da macht, ist hier nachjustieren. Ganz wichtig, umso höher das Level eurer Waffe ist, umso wahrscheinlicher ist es, hier gute Rolls zu bekommen. Wir machen das hier einmal. Kostet mich eine Optimierungssperre und 5000 Gold. Ich hoffe, ich kriege jetzt was Goldenes, damit das ein cooler Effekt ist. Ja, perfekt. Also Waffenwechseltempo ist nicht so gut. Aber Schusswaffenangriff ist fast ein Max-Roll. Und was ihr jetzt machen könntet, ist das hier Sperren. Dann kostet das Ganze zwei Optimierungssperren. Und diese drei Dinger nochmal neu rollen. So lange, bis eure Waffe ungefähr so aussieht wie mein Zermer. Und zwar mit einem Fähig, mit einem Attributsangriffsschaden auf gelb. Einmal Crit-Schaden auf gelb. Einmal Crit-Rater auf gelb. Und als viertes, seht ihr schon, fehlt mir leider noch. Dort würde ich dann auch nochmal den Schusswaffenangriff nehmen. Der fehlt mir aber leider noch, weil das Problem ist, wenn ich hier drei Stück Sperren will, kostet das zwei, äh, 20 Steuerachsensperren. Ähm, die muss ich gerade erstmal produzieren. Aber das ist so das Ziel. Das bedeutet, fassen wir nochmal zusammen. Die richtigen Module nehmen, die habe ich euch gezeigt. Die Module aufleveln, habe ich euch auch gezeigt. Eure Waffe mit einem, wenn die Level 40 ist, aufleveln, mit einem M, R oder sowas, was ihr gebrauchen könnt. Eure Waffe nachjustieren und das Level übertragen auf eure Waffe mit der Stufenübertragung. Ich hoffe, dass euch das gerade im Early- und Mid-Game weiterhilft, um Bosse und ähnliches zu schaffen und um einfach stärker zu werden. Wenn ihr mehr zu The First Descenten sehen wollt, dann lasst einfach mal ein Follow da, ein Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.